Herzlich willkommen! Mein Name ist Anna-Katharina Schmid und ich bin die Rektorin des Gymnasiums Bäumlehof. In der folgenden Präsentation stelle ich Ihnen das Gymnasium Bäumlehof, seine Schwerpunktfächer und seine Spezialitäten vor. An allen Gymnasien in Basel besucht jeder Schüler und jede Schülerin eine breite Palette von elf Grundlagenfächern. Dazu kommen Unterrichtsstunden, die nicht promotionsrelevant sind, wie zum Beispiel Sport, die Klassenstunde oder Freiwahlfächer. Zudem wählt jede Schülerin und jeder Schüler ein sogenanntes Schwerpunktfach. Das Gymnasium Bäumlehof bietet sechs verschiedene Schwerpunktfächer an. Sie sind entweder musisch-künstlerisch, sprachlich oder naturwissenschaftlich orientiert. Das Schwerpunktfach besucht man während vier Lektionen pro Woche. Es ist eine Wahlmöglichkeit am Gymnasium, die Sie ernst nehmen, aber auch nicht überbewerten sollten. Schließlich umfasst der Stundenplan über 30 Lektionen pro Woche. Das sind die Schwerpunktfächer, die am GB gewählt werden können. Zu all diesen Fächern finden Sie außerdem in kurzen Filmen, Texten oder Bildern weitere Informationen auf der Homepage. Wenn Sie davon begeistert sind, zu gestalten oder ein Instrument zu spielen, dann bietet das Gymnasium Bäumlehof für Sie im musisch- künstlerischen Bereich zwei Schwerpunktfächer an. Sie können am GB zwischen bildnerischem Gestalten oder Musik wählen. In diesen Schwerpunkten wird viel praktisch gearbeitet. Es wird musiziert und gestaltet, aber es werden auch fundierte, theoretische Grundlagen vermittelt. In beiden Schwerpunktfächern arbeiten unsere Lehrperson und die Schwerpunktfachkurse regelmäßig mit renommierten Institutionen wie dem Sinfonieorchester oder der Fondation Béjeler zusammen. Öffentliche Auftritte oder Gelegenheiten, im öffentlichen Raum gestalterisch tätig zu werden, bieten sich regelmäßig an. Ein künstlerisches Schwerpunktfach eignet sich nicht nur für Leute, die einen Beruf im kreativen Bereich wählen wollen. Kreativität und Out-of-the-Box-Denken bilden für viele Berufslaufbahnen eine wichtige Grundlage. Wenn Sie sich für fremde Sprachen und fremde Kulturen begeistern, dann schauen Sie sich unbedingt die Schwerpunktfächer Italienisch und Spanisch an. Nie mehr lernt man eine Sprache so leicht wie als Jugendlicher. Die regelmäßige Begegnung mit der Kultur verschiedener Länder erweitert zudem den Horizont und befähigt einen, mit den Menschen dieser Länder in deren Muttersprache zu kommunizieren. Und die traditionelle Reise nach Florenz bzw. Madrid bleibt den Schülerinnen und Schülern der Schwerpunktfächer Italienisch und Spanisch in unvergesslicher Erinnerung. Und auf dem Arbeitsmarkt ist es später ein klares Plus, wenn man eine zusätzliche Sprache beherrscht, egal welches Studium oder welchen Beruf man später ergreift. Wenn Sie eher naturwissenschaftlich interessiert sind, dann müssen Sie sich unbedingt über die Schwerpunktfächer Physik und Anwendungen der Mathematik oder Biologie und Chemie informieren. In diesen Schwerpunktfächern lernen Sie viel über die Natur und Ihre Gesetze. Unsere Sammlungen am Gymnasium Bäumlehof sind einzigartig. Experimentelles Arbeiten in unseren hervorragend ausgestatteten Laboren ermöglicht Ihnen praktische Erfahrungen im Umgang mit wissenschaftlichen Arbeiten. Beide Schwerpunktfächer bilden eine ausgezeichnete Grundlage für alle naturwissenschaftlichen Studiendisziplinen oder für Medizin. Vertiefte Kenntnisse in Mathematik sind auch für ein Wirtschaftsstudium und Ingenieurwissenschaften eine hervorragende Grundlage. Die Schwerpunktfächer PPP und Wirtschaft und Recht bietet das Gymnasium Bäumlehof nicht an. Beide Fächer können Sie aber bei uns ab der dritten Klasse als Ergänzungsfächer besuchen. Zu allen Schwerpunktfächern finden Sie zudem einen kurzen Film und weitere Informationen auf der Homepage. Der Film gibt Ihnen einen ersten Eindruck und kann Ihnen die Wahl erleichtern. Unabhängig vom gewählten Schwerpunktfach können Sie am Gymnasium Bäumlehof den zu Ihnen passenden Bildungsweg zur Matur auswählen. Wir bieten vier verschiedene Möglichkeiten an, die aber alle zur gleichen schweizerisch anerkannten Matur führen. Jeder Weg kann mit jedem Schwerpunktfach kombiniert werden. Unsere vier Angebote sind die traditionellen Regelklassen, die individualisierten GB Plus Klassen sowie die IB Klassen mit der zusätzlichen international anerkannten Matur und die Sportklassen für Leistungssporttreibende und Musikerinnen. Auch zu den verschiedenen Angeboten finden Sie weitere Informationen und einen zusammenfassenden Film auf der Homepage. Ein Weg sind die Regelklassen. Sie sind ideal für alle, die eine klassische gymnasiale Ausbildung wünschen. Der Stundenplan bleibt übers ganze Jahr gleich. Hausaufgaben werden außerhalb der Schule zu Hause erledigt und Prüfungen finden immer dann statt, wenn eine Unterrichtseinheit in einem Fach abgeschlossen ist. Wenn Sie einen regelmäßigen Stundenplan übers ganze Schuljahr wollen, gerne nach Hause gehen zum Lernen und es schätzen, wenn das Lernen stark geführt ist, sind die Regelklassen die richtige Wahl für Sie. Die Regelklassen können Sie mit jedem Schwerpunktfach, das das GB anbietet, besuchen. Ein weiteres Angebot ist unser preisgekröntes Schulmodell GB Plus. Hier findet das Lernen zum größten Teil an der Schule statt. Daher ist das GB Plus als Ganztagesschule organisiert. Das Schuljahr ist in sechs Phasen gegliedert. Pro Phase werden jeweils nur wenige Fächer gleichzeitig unterrichtet. Ein Teil des Lernens findet als selbstorganisierte, individuelle Lernzeit statt, im Plan hellblau hinterlegt. Prüfungen finden ausschließlich als Abschluss einer Phase in der sogenannten Testwoche statt. Mit diesem Ansatz wird individualisiertes und selbstständiges Lernen und eine vertiefte Auseinandersetzung mit einzelnen Fächern gefördert. Die Jugendlichen haben einen eigenen Lerncoach, der sie bei der Planung und Erreichung der Lernziele unterstützt. GB Plus ist eine ausgezeichnete Vorbereitung auf Anforderungen der Unis, da speziell auch Kooperation und Planungsfähigkeit gefördert werden. GB Plus können Sie mit jedem Schwerpunktfach, das das GB anbietet, besuchen. Eine weitere Möglichkeit bildet das International Baccalaureat, kurz IB. Dieses erwerben besonders begabte und leistungsbereite Schülerinnen und Schüler zusätzlich zu eidgenössisch anerkannten Maturen. Dabei werden die englische Sprache und die Entwicklung von Sozialkompetenzen speziell und umfassend gefördert. Ziel ist zudem eine vertiefte Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten und eine systematische, kritische Auseinandersetzung mit dem Lernstoff. Alle Maturfächer werden besucht. Ein Teil davon wird auf Englisch und nach IB-Lehrplan unterrichtet. Nur ein Teil davon sind IB-Prüfungsfächer. Dazu kommen die spezifischen IB-Fächer TOK und CAS. International Mindedness und viele der im IB geförderten Kompetenzen sind hilfreich für den Besuch einer Uni im angelsächsischen Raum. Die IB-Klasse können Sie mit jedem Schwerpunktfach, das das GB anbietet, besuchen. Die Sportklasse ist der ideale Weg für talentierte Sportlerinnen und Sportler, Musikerinnen und Musiker sowie Tänzerinnen und Tänzer. Die Schule ist darauf ausgerichtet, dass das anspruchsvolle Ziel der Matur mit einer ambitionierten Laufbahn in Sport oder Musik vereinbart werden kann. Die Schülerinnen und Schüler besuchen den Unterricht im GB-Plus-Modell, also ganztags. Am Dienstag und Donnerstagmorgen sind jedoch fixe Trainings- und Musikfenster eingeplant. Zudem haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, auch während der restlichen Schulzeit Trainings- oder Musikstunden zu besuchen. Längere Abwesenheiten für Trainingslager oder Wettkämpfe sind ebenfalls möglich und werden zusammen mit dem Sportklassenbetreuer sorgfältig geplant und unbürokratisch gewährt. In diesem Lernmodell können sportlich und musikalisch ambitionierte und erfolgreiche Jugendliche Schulunterricht und Prüfungen optimal mit Trainings-, Wettkämpfen und Wettbewerben verbinden. Auch die Sportklasse können Sie mit jedem Schwerpunktfach, das das Gymnasium Bäumle Hof anbietet, besuchen. Im Rahmen von drei Spezialwochen pro Schuljahr haben Theaterlager mit anschließenden Aufführungen, Naturwissenschaftswochen, Sportlager, Schwerpunktfachwochen oder eine Kultur- und Politikwoche ihren festen Platz. Diese außerschulischen Lernanlässe öffnen das Schulzimmer und erweitern den Horizont. Im dritten Jahr arbeiten die Schülerinnen und Schüler während der sechswöchigen Profilwochen an einem selbstgewählten Projekt außerhalb der Schule. Diese Erfahrung bereitet auf die Maturarbeit vor und dient ihnen zur Orientierung bei der Studien- und Berufswahl. Während der Vorbereitung der Profilwochen werden alle Schülerinnen und Schüler von einer Lehrperson unterstützt. Selbstverständlich verfügt unsere Schule auch über verschiedenste Möglichkeiten der Förderung. Besonders interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler können Freifachkurse besuchen, persönliche Projekte im Rahmen von GB Plus verfolgen, ein Schülerstudium an der Uni Basel machen, an Studienwochen von Schweizer Jugend forscht, an Wissenschaftsolympiaden oder an Debattierwettbewerben teilnehmen. Jedes Jahr können wir mit Stolz Schülerinnen und Schülern zu ihren Wettbewerbserfolgen gratulieren. Aber selbstverständlich unterstützen wir auch Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten in Deutsch, Französisch oder Mathematik haben, in speziellen, kostenlosen Förderkursen. Unser wunderschön gelegenes und frisch renoviertes Schulhaus bietet uns außerordentliche Möglichkeiten. Unser Gymnasium verfügt über eine erstklassige Infrastruktur mit einem modernen, großzügigen Raumkonzept. Das Platzangebot ist sehr vielfältig. Wir verfügen über hervorragend ausgerüstete Labors und Sammlungen. Für die gesunde Verpflegung der Schülerinnen und Schüler gibt es in der Mensa täglich frisch zubereitete Gerichte. Die großzügigen Sportanlagen, ein schuleigener Kraftraum sowie unsere Sport- und Schwimmhallen ermöglichen einen modernen Sportunterricht und individuelles Training. Welche Schule verfügt schon über eine 400 Meter Rundbahn? Schulhaus und Umgebung bieten aber auch Räume für Rückzug und Erholung. Gut ausgestattete Stillarbeits- und Aufenthaltsräume sind jederzeit zugänglich und Naherholungsgebiete liegen quasi vor der Haustür. Und last but not least, unsere Schülerinnen und Schüler schätzen ihre Lehrpersonen sehr. Das Kollegium des GB zeichnet sich durch große Fachkompetenz und ein überdurchschnittliches Engagement aus. Die Atmosphäre am Gymnasium Bäumlehof ist leistungsorientiert, aber auch sehr familiär und unterstützend. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß beim Surfen auf unserer Homepage. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns per Mail gymnasiumbäumlehof.bs.ch